Bitte? Bitte? Du hast noch vier... Ich hab Geburtstag! Ich hab noch gesagt, ich hab 80 Millionen... Achso, Umgeräte hast du. Ja, 800.000 hab ich vom Kopf in den Spiel gebracht. Sechs Geräte im Weintraubfeld! Ja, Kühni, dann wissen wir ja, wo wir jetzt hinkommen, ne? Oh, du kannst aussteigen. Los, mach, die steigen glaub ich gleich einen. Was? Du bist nackt, siehnen uns. Hallo! Die ziehen die Waffe. Guten Tag! Ganz ruhig bei. Guten Tag, jetzt machen sie mal ne Brennerei hier. Was sie hier an meiner Brennerei machen? Bleibt in Deckung dieses Button jetzt auf jeden Fall. Ne, das ist die Brennerei von Don Carlos. Wie sie an meinem Fahrzeug sind, bin ich Don Carlos. Ich soll die Hände aufnehmen? Ansonsten weiß. Äh, ich soll die Hände aufnehmen oder sie schießen? Ich knall die jetzt ab, okay? Gut, ja, du mit. Du auch, dann geht's. Auf geht's. Einer tot. Boah. Ich hab auch einen. Boah, Maurici. Boah, Maurici. Ja, was denn? Ist egal. Noch einer tot. Ja, du bist ja in meinen Schusslauf reingelaufen. Ja, dann nicht so geil. Einer liegt neben LKW noch. Die sind innerhalb vom Kreis von den LKWs. Ja, die hol ich. Ja, die bangen bei mir auch ein bisschen. Schieß einfach mal wild. Die werden schon gleich nervös. Die müssen weg, die müssen weg, dann holen wir sie. Hast du gesehen, wie viele das sind, Mike? Sieben. Ja, das sind sechs. Das sind sechs. Also jetzt noch fünf. Okay, bleibt erstmal alle, wo ihr seid. Ganz ruhig. Ja, jetzt noch vier. Ich hab auch auch einen geholt. Ich hab den direkt, wo vor mir stand. Ich hab auch einen. Ich hab dich geholt. Noch einen. Die Geräte verarbeiten noch, oder? Ja. Und dann könnt ihr weiterschießen. Dann hören die, wo die Schüsse herkommen. Okay, wenn ihr das seht, falle dran. Und wer Sicht hat auf diese Lüftungsspitze vom Tempest. Könnt ihr drei Schüsse machen? Ja, dann muss die Engine tauschen. Fornicke. Moin. Einer liegt am Aburericht in Richtung Wasser. Der liegt damit zu einem String. Der liegt mit dem String. Der liegt mit dem String. Das liegt einfach so. Wo liegt einer am Wasser? Einer ist tot da am Wasser, richtig? Was warst du, Kinder? Das war ein Öko-Problem. Ja, lassen wir jetzt. Die sind halt nett jetzt. Die fahren mit Geräten. Ja, das Blöde ist halt, dass... Das wieder so ein bisschen am Backen ist, dass die Boden versenken bei mir. Ja. Nur hat gleich Sicht, keine Angst. No. Sorry, Daniel. Ja, passt schon. Ist der Bild rumgelaufen? Das passt schon. Die haben ja alle auf mich drauf gehalten. Ein Gerät, stopp ich. Zwei Geräte haben die Engine down. Der Schopper treibend. Ob sie eigentlich schon geschossen haben. Ist das jetzt jemand, der tot ist oder liegt, oder nicht? Der liegt da auf dem Ghillie. Spread einfach drauf. Ist da einer mit grünem Rucksack tot? Ja. Ja, hab ich gerade getötet. Einer da oben noch. Warte, ist da einer mit Ghillie mit... Nee, nee, der hat kurzähemlichen Anzug, Tarnanzug kurzähem. Ähm, Maurici. Ja, von der Richtung müsstest du vielleicht auch... Äh, da ist noch ein Ghillie sitzen mitten von dem Fahrzeug. Ja, genau, der hab ich gerade geschossen. Drei Ghillies sind da noch. Drei Ghillies. Drei Leute. Drei Leute im mitten der Eilkopf. Einer noch tot mit Granate. Bösche. Nice, Alter. Also noch zwei. Weg, der letzte nur ich, warte. Nico, da liegt nochmal einer direkt. Oh, fuck. Der ist links vom Tanker. Baut durch den Tanker links. Da und einer? Nochmal einer, Nico. Der liegt quasi da, wo ich auch lieg, an dem Gerät. Okay. Der liegt direkt an dem Gerät mit Muskeln. Hier, bitte. Der guckt in Richtung Tiko. Der guckt in Richtung Tiko. Der guckt in Richtung Tiko. Mhm. Der links Gerät ist das da immer. Ja, das Richtung Wasser steht. Das Richtung Wasser steht. Das Richtung Wasser steht. Der liegt direkt an dem. Ich richtig? Was, am Wasser? Ja? Nein, das ist an dem Gerät, was da im Wasser steht. Ach, liegt der da? Ja, da liegt der. Da liegt der, naja. Sag das doch, ich dachte erst da auch nicht. Ja, jetzt hab ich umgedreht. Ja, ich schieße ihn doch ab. Sag mir das doch. Ja, ich schieße ihn doch ab. Sag mir das doch. Der hatte doch dann die ganze Zeit gesagt. Wer war mir jetzt tot? Kannst ruhig bleiben. Der ist da jetzt bei den ganzen Geräten. Wenn die da so alle hocken, pushe ich die doch mal. Ja, ja. Die sind alle zwischendrin gelegen. Alle tot jetzt, oder was? Also wir gehen. Hier keinen mehr gerade. Gut, Kira hat ein Medic. Kümmert sich drum. Mhm. Jetzt rushed aber nicht ab. Ja, jetzt kommt der. Ich hatte die Gähne mit dem Wildean. Wenn Non Junkie die. Ja, denn ja. 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 Ja, denn ja.